Jetzt mach ich dich krass. Ansgar? Wie viel hast du getrunken? Ansgar? Nicht genug. Ich hab gehört, dass das Schloss verkauft werden muss. Ansgar, es tut mir leid. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Gar nichts, weißt du. Du denkst, das Schloss ist mir wichtig als Statussymbol. Aber es ist viel mehr als das. Es ist der Ort, an dem meine Familie 800 Jahre lang gelebt hat. Es ist das, was ich meinen Kindern weitergeben wollte. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann... Klar. Ich glaub kaum, dass du mir grad mal mit 90 Millionen aushelfen kannst. Vor allem jetzt nicht, wo du nicht mehr anschaffen gehst. Ich hab auch nicht von Geld gesprochen. Klar. Als Auszubildende verdient man ja nicht so viel. Und deine Nähearbeit nebenbei bringt sicherlich nicht sonderlich viel ein. Du bist also immer noch sauer, weil ich deine Hilfe abgelehnt habe. Ich hatte dir meine Hilfe angeboten, aber es hat dir ja nicht gereicht. Stattdessen wirkst du mir eine rein, indem du dir von der heiligen Elisabeth helfen lässt. Frau von Lahnstein und Frau Schneider helfen mir dabei, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Ganz von vorne anzufangen. Verstehst du das nicht? Ja, ja. Mir kommen gleich die Tränen. Ansgar, es ist das Beste so. Klar. Wenn du meinst. Jetzt geh bitte her. Ich will einfach allein sein. Du meinst, du willst dich weiter in deinem Selbstmitleid sohlen? Ich will vor allem weg von hier. Was soll das? Gib mir den Schlüssel! Wahrscheinlich hast du recht. Und ich kann dir genauso wenig helfen, wie du mir. Aber deshalb schau ich dir nicht zu, wie du dich totfährst. Hier. Kannst du den Ansgar zurückgeben, wenn er wieder nüchtern ist? Fast da man könnte. Ich glaube nicht, dass er in den letzten zwei Wochen irgendwann vollständig nüchtern war. Marlene, ich konnte ihn gerade davon abhalten, stutzbetrunken loszufahren. Bitte sorgt dafür, dass sich irgendjemand um ihn kümmert. Das hat Sebastian schon gemacht. Er hat ihn gerade hoch in sein Büro gebracht. Du machst dir Sorgen? Ich kann ihm nicht helfen. Eva! Alles, was du in den letzten Wochen erreicht hast, das hättest du mit Ansgar an deiner Seite nie erreicht. Wie alle unsere Probleme mit einem Schlag lösen können, dann bin ich so aufgetaucht. Was sagst du? Was willst du eigentlich nur hier? Ja. Ganz ehrlich, muss das sein? Kein Wunder, dass Hannes so gut ins Internat wollte. Quatsch mich da nicht voll. Hier. Der ist für dich. Von ihm. Hast du nicht eine Ahnung, was in ihm vorgeht? Seine Mutter liegt im Koma. Sein Zuhause wird verkauft und sein Vater hat nichts Besser... Halt doch einfach mal die Klappe. Verkiss ihn. Ich geb mir Mühe. Hey, wie läuft's denn eigentlich mit deinen Modellen für Elisabeth? Also, das erste ist fast fertig und es ist richtig schön geworden. Siehste, sag ich doch, läuft doch gerade alles richtig gut für dich. Wenn ich jetzt noch einen Arbeitsraum in der Nähe von LCL finden würde, wo ich an meiner DSU-Linie arbeiten könnte, dann wäre alles perfekt. Naja, aber sowas lässt sich doch finden. Warte mal. Juris Wohnung steht doch gerade leer. Ja, aber die kann ich mir nicht leisten. Die Wohnung gehört LCL und soll sowieso als Lager genutzt werden. Ich kann ja mal fragen, ob du da drin arbeiten könntest. Also, ich mein, wenn du das machen könntest, das wäre natürlich großartig. Na großartig. Bevor du dich jetzt endgültig ins Delirium säufst, tu uns allen den Gefallen und unterschreib das hier. Alle anderen haben auch schon unterschrieben. Und was ist das? Die Einverständniserklärung, das Schloss zu verkaufen. Puh. Oder schreib ich nicht. Hans Kapitel, jetzt einmal vernünftig... Oder schreib ich nicht. Ich werde nie im Leben zustimmen, dass das Schloss verkauft wird. Kapier das einfach. Ich frage dich dann nochmal, wenn du halbwegs nüchtern bist. Ich würde meiner Meinung nach keinen Abbruch tun. Kommst du klar? Ja. Du, schau mal. Ist das richtig so? Ich dachte, wenn ich nachher noch mit dem Coverlock drüber gehe, dann gibt es ein ganz schönes Detail. Ja. Sehr gute Arbeit. Danke. Dass sie mit Ansgar von Landstein im Bett war, wissen wir. Aber jetzt auch noch mit Rebecca. Nicole, wenn du irgendwer ein Problem hast, sag sie mir doch einfach ans Gesicht. Ich habe nur gewundert, wie schnell du es hier nach oben geschafft hast. Wenn man seine Energien in die Arbeit steckt, statt sich das Maul über die Kollegen zu zerreißen, geht es ganz schnell. Probier es doch mal aus. Das war längst überfällig. Ja. Und ich habe einfach auch überhaupt keine Lust mehr, mich noch von irgendjemandem runterziehen zu lassen. Nicht von Nicole und... Auch nicht von Ansgar. Ganz genau. Lieber Papa, es tut mir leid, dass ich einfach weggefangen bin. Aber ich habe bisher nicht ausgehalten. Du warst so komisch und so böse. Ich hatte Angst vor dir, Papa. Bitte, hör auf damit, okay? Dein Hannes. Das Wichtige ist, irgendwann gehört dir und Kim Königsbrunn und die Firma. Das verspreche ich dir. Bevor ich es vergesse, ich habe da was für dich. Die Schlüssel zu Juris Loft. Ich habe mit Sebastian geredet und es ist kein Problem, wenn du dort arbeitest. Und für Ansgar auch nicht? Ansgar befindet sich im Moment gar nicht auf unserem Planeten. Ist er denn wieder nüchtern? Keine Ahnung. Ich glaube, der schläft gerade seinen Rausch aus. Er nimmt das alles sehr mit. Er glaubt, wenn er das Schloss verliert hat, er auf ganzer Linie versagt. Ja und? Stimmt ja auch. Also entschuldige, bei allem, was ich war, ist er schuld an der ganzen Geschichte. Hey, wenn du willst, dann helfe ich dir deine Sachen in Juris Loft zu bringen. LCL Marlene von Leiche, was kann ich bei dir tun? Schwinge den Arsch hier hoch ins Büro. Na, zackig. Du hast dieses klitzekleine Wort mit den zwei Tees vergessen. Flott. Mein lieber Schwan, das hat ja gedauert. Das stinkt ja wie in einem Schnapsladen, ist widerlich. Und warum gibt es denn hier nichts zu trinken? Ja, los, Nachschub holen. Von mir kriegst du maximal einen Kaffee. Was? Da sprich ich undeutlich, oder was? Ja, ziemlich unversoffen. Was hast du denn heute schon alles in dich reingeschüttet? Geh dich doch einen Scheiß an. Hey, Ansgar, jetzt reiß dich zusammen, ja? Ich rufe am Schluss an, damit ich jemanden anrufe. Scheiß, wirst du. Ich hole mir jetzt Nachschub. Kass mich mal. Das ist wirklich okay, dass ich dort arbeite. Na klar. Ich meine, besser du nutzt die Räume, als du vollkommen zum Lager. Naja, bis vor kurzem hat unser Star-Designer dort gewohnt und jetzt richte ich dort meine Nährwerkstatt ein. Du, arbeitest in Juris Wohnung? Das wusste ich ja gar nicht. Ja, das hat sich gerade so ergeben. Ah, okay. Ist das abgesprochen? Ja, ich habe mit Sebastian geredet und ist das in Ordnung? Also das ist jetzt auch keine große Sache, sie stellt ihre Nährmaschine rein und wenn es mal ein bisschen später wird, kann ich so drin schlafen. Weiß Ansgar davon? Also, sorry, aber er mag es einfach nicht, wenn man sowas hinter seinem Rücken bespricht. Ja, ich habe auch mit Ansgar geredet und ist das in Ordnung? Okay, gut. Kim hat gar keine Ahnung, dass zwischen Ansgar und mir das sowas war, oder? Nein. Und um ehrlich zu sein, ist es auch besser so. Weißt du, Kim braucht jetzt erstmal Normalität. Ja, verstehe. Vollmachen. Meinen Sie nicht, Sie haben langsam genug? Weißt du? Was quatschen wir hier voll? Ich sage, wenn ich genug habe, vollmachen. Jetzt komme ich hier die Flasche her. Ich bin schon die Scheißlasen, die ich alles selber machen muss. Mach ihn weg! Besuch von deinem Cousin. Den übernimmst du mal besser. Ansgar! Komm mal hinter der Theke hervor, sonst machst du meinen Mitarbeiter noch Angst. Ja, so wird's. Komm. Was ist denn das Arschloch hier? Wer ist nicht hier? Komm. Ja, mach dich fertig. Du kriegst unser Schloss nicht niemals! Ich bin in den letzten Tagen schon mal ohne Whisky in der Hand gesehen. Der Typ ist doch völlig neben der Spur. Er weigert sich nach wie vor, das Schloss zu verkaufen. Wo ist er denn jetzt? Na, zu Hause. Das hoffe ich. Aber denk bloß nicht, der kommt so schnell zur Vernunft. Eins sag ich hier. Wenn er doch mal auftaucht, mach ich ihn fertig. Ja, er war gar nicht hier. Du hast dich getäuscht, Ansgar. Komm, wir beide gehen jetzt mal ein bisschen spazieren. Was? Ich seh ihn doch. Warte, du mieses... Komm, reiß ich dich zusammen in Hamburg! Komm! Ansgar? Wow! So, wo soll das jetzt hin? Äh, stell's am besten davor, nach dem Tisch. Du, danke, dass du uns hürst, den ganzen Kran hier hochzuschaffen. Dann eine schöne Frau nöten, das bin ich gerne bereit zu helfen. Ah, das ist schon was? Oh ja. So, Schluss jetzt mit dem geflirrte Abmarsch. Jetzt stress mal nicht so rum, ist doch alles gut. Okay, euch dann noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Siehst du, man kann's das noch. Was denn? Flirten? War doch nur ein Spaß. Das ist echt ein toller Raum zum Arbeiten. Na ja, ein bisschen was muss noch gemacht werden, aber... Das wird. Ich hab das Gefühl, ich kann mich hier richtig auf mein neues Leben konzentrieren. Ohne den Escort-Job. Und ohne Ansgar. Was ist passiert? Du bist im Null-Limits zusammengebrochen, nachdem du angefangen hast, wild zu halluzinieren. Ich erinnere mich nicht. Ja, du hattest einen Filmriss. Könnte an der Alkoholvergiftung liegen. Christian hat mich angerufen. Ich bin nur hier, um zu sehen, dass du überlebt hast. Warum? Weil es für euch viel einfacher, wenn ich nicht ins Gras beißen würde. Ich hätte dir das Schloss verscherbeln und niemand würde sich euch in den Weg stellen. Wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, ich hätte sie ergriffen. Es gibt aber keine. Wir haben doch alles versucht. Tristan, ich, sogar du. Aber wir müssen bergmauszahlen und dafür müssen wir das Schloss verkaufen. Reden weiter, wenn du dich besser fühlst. Warte. Gib mir diesen Fisch. Ich weiß, du hast was nicht so gesehen. Du bist da. aber ich bin auch ein Lahnstein und mir tut es genauso weh, das Erbe unserer Familie zu verlieren Es tut mir leid Was tut dir leid? Ich hab's verbockt Verbockt? Ansgar, du hast nichts verbockt Du hast unser gemeinsames Erbe Alles, wofür Generationen von Lahnsteins gerungen und gekämpft haben, verraten Du säufst Du vertreibst deinen eigenen Sohn Du hast nichts verbockt Du hast uns alle verraten Auch dich selbst Hör zu Irgendwann gehören dir und Kim Königsbrunn und die Firma Ich werd nie im Leben zustimmen, dass das Schloss verkauft wird Kapier das einfach Ich werde mich nicht mehr verraten Ich werde mich nicht mehr verraten Ich werde mich nicht mehr verraten Mama, wie geht's dir? Das hört sich ja fast so an, als würde die Therapie gut anschlagen Das sind doch tolle Neuigkeiten Mir geht's gut Besser als gut Ehrlich gesagt Ich hab das Gefühl, dass ich ein neues Leben anfange Das fühlt sich wahnsinnig gut an Ich hab das Gefühl, dass du nicht mehr verraten kannst Ich hab das Gefühl, dass ich mich nicht mehr verraten musste